Am 8. Oktober 2023 findet in Bayern die Landtagswahl statt. Wie bei der Bundestagswahl hat jeder Wahlberechtigte eine Erst- und eine Zweitstimme. Auf jedem der beiden Stimmzettel darf nur jeweils ein Kreuz gemacht werden. Die Erststimme vergebt ihr auf dem Stimmzettel A. Er ist der kleinere der beiden Zettel. Mit der Erststimme wählt ihr einen Direktkandidaten aus eurem Stimmkreis. Pro Partei steht eine Person zur Wahl. Ihr setzt ein Kreuz bei dem Kandidaten, den ihr per Direktmandat in den Landtag wählen wollt. Kreuzt ihr auf dem Stimmzettel mehr als einen Kandidaten an, wird der Stimmzettel ungültig. Wenn ihr euch doch noch einmal umentscheidet, macht deutlich, welches Kreuz zählen soll. Zum Beispiel durch Schwärzen des falschen Kreuzes. Auf dem größeren Stimmzettel B vergebt ihr die Zweitstimme. Auch hier setzt ihr nur ein Kreuz, und zwar bei eurem Wunschkandidaten auf der Parteienliste. Wenn ihr keinen Wunschkandidaten habt, könnt ihr auch einfach ein Kreuz oben bei der Partei machen. Ihr dürft nicht für Kandidaten oder Kandidatinnen von unterschiedlichen Listen stimmen. Ungültig ist der Stimmzettel, wenn Zusätze oder Bemerkungen gemacht werden. Ein leerer Stimmzettel ist ebenfalls ungültig. Nach diesem Prinzip läuft auch die Bezirkswahl ab. Das sind die blauen Stimmzettel, die ihr zusammen mit den weißen Zetteln für die Landtagswahl bekommt.